Ja Leute, was geht? Es geht weiter mit Left 4 Dead 2 und auch Left 4 Dead 2 und mit Bubbles. Left 4 Dead 2 und Left 4 Dead 2. Ja, dann wir spielen jetzt die Left 4 Dead 2 Kampagne. Wir hatten ja die letzten Folgen die Left 4 Dead 1 Kampagne gespielt, die haben wir jetzt durch. Und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Left 4 Dead 2. Pirates spielt Nick, ich spiel Coach und wir hätten noch Alice und Rochelle und das sind die NPCs, die keiner mag. Von daher alles gut. Gut, coachtst du mich denn eigentlich? Äh, ja, aber du musst nicken, wenn ich das sage. Hier gibt's ja wieder mit dem Londerpreis. Dead Center, Price is not the only thing that's getting slashed. Ah ja, okay. Ach ja, ich hab Bock, wieder ein paar hässliche Mistviecher abschnetzeln. Da seh ich mich. Ja, ich auch. Echt immer wieder eine Freude rumzuballern. Mhm. Oder jemanden mit der Bratpfanne kaputt zu klonken. Also warten macht jetzt nicht so viel Spaß, muss ich sagen. Nee, nee. Ach, jetzt. Endlich mal. Du sprichst hier. Brechen die bei dir aus. Haben die immer die auch englisch gesprochen? Das Einkaufszentrum als Evakuierung. Äh. Ich wette, da fliegt der Hubschrauber hin. Am Anfangs, glaub ich, ja. Ich hab grad nicht drauf geachtet, weil ich meine Maus nochmal noch anschließen musste. Gut. Aber hier ist es besser mit den Waffen, ne? Hier ist es fairer. Mit den Nahkampfwaffen. Als ein Level 1. Die Nahkampfwaffen, ja, aber dafür hab ich jetzt nichts anderes. Ich hab jetzt gar keine Schusswaffe. Das ist eigentlich unlogisch, weil im Minter-Sequenz gehen sie ja in den Waffenladen, da haben sie ja genug Schuss. Aber gut. Ja, egal. Haben sie aber weggeschmissen und gesagt sich so, boah, ich hab die auch. Das sind keine Menschen. Oh, da musst du schon so gehen. Ach so, wirklich, ich dachte, das waren Menschen. Hallo, Zimmer Service. Hier gibt's Axt. Zum Mitnehmen. Oder zum Hearsen. So. So. Wer will sich hier mit Zimmer Service beschweren? Ich will keine Einschaltenbewertung. Ticker, Ticker da drüben geht's doch richtig ab. Hallo. Entschuldigung. Und was war hier? Maul halten. Hier ist schon ein Defibrillator, ne. Oh, ich bin Hunter. Ich auch. Dann wird es mal Zeit, auf die Jagd zu gehen. Ich glaube, hier hinter ist er wahrscheinlich. Oh, ne, der ist hier rechts im Flur. Da ist er, ich seh ihn. Ah, scheiße, ich war zu langsam. Ich war's. Oh, ich dachte, ich dachte. Ja, sie hat ihn nicht getötet, sie hat ihn einfach nur abgewährt. Ist sie dumm. Wow. Mann, ist sie bescheuert, ey, anscheinend einfach abzuschlachten. Nein. Sie haut ihn nur einmal. Oder schießt ihn am Mann, was auch immer. Ja, Alter, das war ja nun wirklich affig. Oh, ne, ist auch da reicher Raum. Bezieh dich. Okay. Aber ich finde, die Map ist jetzt schon geil, als sie bei... Die haben hier wirklich nochmal einen draufgelegt mit den Maps, finde ich. Ja, ja, die Maps auf jeden Fall. Ich hätte echt mal gerne eine Schusswaffe für eine vernünftige. Ja, ich würde gerne mal nur gewinnen. Man kriegt nicht immer alles, was man möchte. Du bist jetzt im Leben. Jeder Aufzug ist aus. Das ist aber nicht barrierefrei. Entschuldigung. Na gut. Oh, hier ist was. Hey, jetzt müssen wir aus dem Fenster springen, ne? Ne, aus dem Fenster raus. Also nicht aus dem Fenster springen. Hallo. Ich darf da mal, ne? Ich hab'n Termin. Ähm. Ja, wir müssen ganz dringend hier raus. Oh. Ey. Weck mich. Ich weiß. Ich bin gut aus dem Fenster. Oder schwerer Hunter. Nein, schwerer Hunter. Nein, warum immer die Hunter? Weißt du, Alice macht's richtig. Der tötet den wenigstens. Dann ist Rochelle wohl unser neuer Luis. Äh, ja, ich... Ich fürchte fast, ja. Oh, wie gut. Das Jockey. Oh, später. Später ins Kip. Aber wie lange hier, Mann? Oh, wie weit? Hallo, hallo, hallo. Na geil. Äh, ja, sehr geil. Wieso? Weil ich die jetzt natürlich genau da bekomme, weil sie grad am Angreifen war und mich deswegen nicht mehr wehren konnte. Ich dachte, die bekommt man so, ach so, sorry. Äh, ich... Ja, ne. Wow, Feuer! Ich bin heiß! Ups. Ah, ja, danke. Beinahe mit. Ah, gehen wir hier dann. So. Da haben Sie mal die Frau, bitte. Also, sehr unnötig. Also, häusliche Gewalt, dann schütze ich nicht. So, Arschloch. Ja. Ich auch nicht. Boomer Kott, nee, Boomer Kott, das ist die Feuerwehr. Hier, Feuerwehr, dann raus. Okay, das wird nix. So, der abheilbomb. Eibbomb. Okay, weiter hier. Also, gar keine, äh, gar keine Schutzwaffe ist sehr komisch gerade, was ich eh nicht sagen. Ja, das ist ein bisschen affisch, irgendwie. Ich glaube, gab es nicht unten Schutzwaffe in dieser Küche daher? Ich hoffe es, weil, ähm, ich möchte jetzt nicht ewig nur mit der Axt rumrennen, tatsächlich. Ich mag die Axt, gar keine Frage, müssen wir nicht drüber reden, aber, ich hätte auch gern, was für den Fernkampf. Wieso hat die KI-Schutzwaffen? Ja, meine, die die normale Pistolen haben. Ja, wie bist du? Ich hätte eben der die Schubhunde gehabt. Nein, ich nehme die normale Pistolen, einfach nur. Ach so. Oh, da kommt noch kleine Horde. So, klein ist gut. So. So, erst noch weniger aus. Ja, Entschuldigung, Brötchen sind aus. Nein, ich habe gesagt, Brötchen sind aus heute. Ich nehme auf die Ecke. Crack gibt es auch nicht mehr, ihr Fotzen. Gibt es aber nicht. Ist da hinten? Oh, Adrenalin-Schutz. Ich halte mich mal. Adrenalin ist möglich. Das ist ein Charger, glaube ich. Push the button. Okay, ab jetzt. Wie heißt der? Man hat mich einfach, Coach. Mein Name ist Alice, aber... Ja, geht's. Wieso redest du denn, ähle Scheiße? Da ist ein Hunter draußen, neben Boomer. Ne, deutschen Stück Scheiße. Sprich, deutsche Hohensohn. Ne, das ist der Charger, glaube ich. Das sind wie diese Menschen, die zu einem Monat in Amerika gelebt haben und dann tun, als könnten sie kein Deutsch mehr. Das ist so wahr. Das ist halt so wahr. Ich hätte genau so eine meiner Klasse damals, das ist unglaublich. Oh, oh. Oh, hier liegt der Scheiße. Ach, hier liegt der Scheiße. Ach, hier liegt der Scheiße. Oh, hier liegt der Scheiße. Oh, schon wieder, dass der dritte jetzt. wie wir die map später ins geht da kann ich nicht hin weil er feuer ist da kann ich nicht hin weil da hier ist ein shotgun voll zu willst hier ist ja das ist natürlich richtig aber ich habe ein bisschen aufpassen hitbox von dem feuer war ein bisschen weiter wie bei den spiel erscheint so geil aus wenn diese löser laufen das hat was erwähnt oder ist irgendwo ob sie so etwas ist danke ja danke kann ich schießen auch nicht ich weiß ich gar nichts mehr wenn es so weitergeht alles tot da ok ja ohne mich ich bin mit dem tabletten haha komm her aber ja hey fiss dich ok die map war jetzt nicht schwer aber sie ist ein bisschen eklig ja ja gut wir gehen durch hier ja wenn du mir in den schuss rennst brauchst du die wundern doch schon mit du ami gut naja oh ja da siehst du das läuft doch wieder haha ah nice da sehe ich mich naja ich habe nur 6 kills mit dem machine pistol gemacht und 121 mit der axt naja ok ja ok das war eine coole idee aber muss man jetzt nicht oft haben mit nur mit nahkampfwaffen ich frage mich ob das spiel deswegen bewusst keine smoker gespawnt hat in dem level jetzt könnte ja könnte sein da doch mehr rektor ist da das ballern die oder wird okay ich habe für die wie dumm oder so war ihr ein bisschen sauer muss ich auch mal raus lassen so wie falsch schon geil das haben wir ja gelernt ja das ist großartig wir haben es in level 1 gelernt ab wo wir level 2 gespielt haben das ist technisch gesehen korrekt und technisch korrekt ist das beste korrekt ja ich glaube wie hitman 2 ist nicht hitman 2 aber hitman 2 aber eigentlich ist hitman 7 weil es das siebte spiel ist oh ja die nummerierung bei hitman ist auch so unfassbar dämlich einfach noch ich kann doch hier keine party feiern ohne mich einzuladen aufpassen ne ich passe nicht auf ich hatte aufpassen da kommt charger ok wo weiß ich nicht von der strafe da ist er oh Gott er kommt kotze gut gemacht Alice gut ein Keks du blöde blöde Kuh auf mit dem kill zu klauen frag dich nicht da hab ich mein rotes bisschen soo da gehts zum Einkaufszentrum los ah ich erinnere mich hier gab es eine relativ schwere Sequenz Shopping ach so das auch war da was drin hm glaub nicht hm ne sieht nicht so aus ok Liberty Mall ok ich bin auch so ein dumm ich geh da rein um zu gucken aber guck nicht wie geh ich da raus ich bin schnauze bitch freut mich dass du nachlädst hier ist die Tür guten morgen ja wie ist ein smoke irgendwo oh oh irgendwo kommt da was wahrscheinlich von oben ja von hinten alles gut wir kommen von hinten äh im Knast hörst du das sowas aber nicht so gern das kann ich dir sagen boah der ist hier im P5 geil einfach reinholt die ist großartig die hat halt Munition und macht ziemlich guten Schaden oh tank 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 äh ich hab keine ich hab keinen Molly ich auch nicht ich schmeiß mal ne Pipe aber wir sollten die Treppe hoch gehen schnell ich hab's auch mal probiert ich hab's auch mal probiert der macht gerade die anderen beiden kaputt das ist ok warte mal ah das geht nicht scheiße bin gekostet komm hier mal ein paar mal hier du bist down ok wow wie der alles voll kotzt boah ach hier unten hättet ihr ein Ding ins gestanden ja ok gut den siehst du ja gar nicht richtig das ist natürlich dreist aber gut ach hier war der ich hätt den einfach kurz gesehen ich wusste nicht mal wo ich den gesehen hab verdammt wenigstens haben wir den Angriff gut überstanden das hätte schlimmer ausgehen können ja auch auf ganz einfach fortgeschrittener wir jetzt schon wieder im Krankenhaus ja ja keine Rippen mehr ich glaub das ist ein Boomer hey du Generation Boomer ey Boomer Generation Boomer und das ist ein Boomer und das ist sicher dass Essstörungen aus einem machen die Essstörungen das wär aber echt ne geile Theorie ja wie du dazu sagst die Smokers sind einfach so Kettenraucher die Boomer sind einfach irgendwelche Essgestörten ja Essgestörten klingt so abwerten dir wisst wie ich's mein die Essgestörten ähm die Tanks sind ähm ja was ist das das sind wahrscheinlich irgendwelche Testo Bodybuilder die sich mit ähm ähm Steroiden voll geballert haben ähm oh oh nein nicht immer auf mich nicht immer auf mich Kotze ist tot so lügen die mich alle so oder nicht je nachdem Spitter ein Spitter der hat einfach hart Magenprobleme ich höre einen Jockey ich auch oh er ist gleich hier vorne irgendwo ah da ist er ey ich hab ihn weck die so okay wie Cloud hinter uns kommen Paul oder? ähm hat sich erledigt oder besser gesagt ich hab sie erledigt nice so weiter im Text und das andere ist egal hinter der Wand ist ein Hunter hier hinter der Wand da kommt der da oben ist er hab ihn ne du hast ihn nice ja 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 meinen Ohren kann man trauen nein es wird ein guter Werbespiel für deinen Kanal Bubbles meinen Ohren kann man trauen oh oh was bist du denn du fette Sau oh oh ich hab keine Money mehr doch hab ich schon nochmal nachgeladen warte mal warte mal kein Nachladen ja ah deswegen deswegen Nachkampfwaffe wenn du nicht nachladen kannst dann kannst du ihn wieder wehren was ein Charger? co2 hat gerade ein Charger gespottet ich weiß aber nicht wo du oder so ein Lappen ok nice das hätten wir so ein Lappen wie Spongebob er ist auch ein Lappen das ist Bilder dahinter Vorsicht so die Latter hier der braucht kein Leben 20 Jahre mehr zack und die beiden auch nicht mehr ja aber ne Beerdigung ist ja auch teuer ist ein Jockey irgendwo ah hinter der Tür glaube ich ja hinter der Tür aber ich hab ihn ein Charger, da werden so eine Zaubererklipse gesucht glaube ich glaube der ich glaube der hat gerne eine Chance hey aber weißt du was mir auffällt hm? ich finde der ähm der Spawn der speziell Infizierten ist deutlich gebalanced irgendwie also die sind regelmäßiger aber dafür nicht immer so Urlaub passbar viel auf einem Haufen das stimmt ja also auch finde ich die ganze Map sieht auch besser aus also man wusste mehr was man wollte so es sieht cooler aus also oh dann ist der Mocker Hilfe 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 danke ne ich treffe ihn nicht hab ihn ok uiuiui Hallöchen nein heute keine Autogramme nein Gamescom ist erst im August heute keine Autogramme Gamescom ist erst im August großartig oh hier liegt die Autosniper kann mich doch auch mal bewerben so als Creator da kann man das bewerben können wir mal machen das Gag oh das war ne Witch nein Entschuldigung Entschuldigung ich glaube dafür ist es ein bisschen spät Paris das ist schlimmer als das Zorn einer betrogenen Frau tschüss ich geh sie lebt immer noch scheiße ah nein sie ist down ich hab einfach geschehen das kann doch nur mir passieren ey ich schüße einfach die Querschläge ich hab die aber auch drauf geballert weil ich es nicht erkannt hab von hier oben oh ey hier ist irgendwie ein Boomer unterwegs ich glaube hier ich weiß nicht genau wo hier oben rechts glaube ich Menschen ist Kinder du hier oben rechts irgendwo die hat aber Hartmagenprobleme das jetzt echt nicht ich glaub der kommt von da oben gleich runter echt das wussten wir noch nicht danke Herr K Herr Coach da kommt ein Horder und ein Hunter den hab ich auch voll auf die Stauze gehauen oh den hab ich voll gemobbt oh das war Mobbing richtig so Mobbing richtig und wichtig nochmal ich lade ist das ein Schild lade nach ok der wird glaube ich grad den Boomer erledigt ah der jetzt der wär dann der wär so angezeigt worden aber ok der Sound kommt es hat er einmal kurz eine Erschütterung gegeben die kommt eigentlich nur wenn ein Boomer stirbt oder wenn ein San kommt der Alpenladen ist hier irgendwo oh hier liegt ein Molly perfekt Obwohl das wär jetzt im ersten Teil cooler gewesen wenn man im ersten Teil in den Waffenladen gegangen wär um sich Waffen zu holen also dass man mit Waffen in den Waffenladen geht also dann hätte das sogar mehr Sinn ergeben mal oben da muss ich auch sagen ich hab dir sogar echt einen coolen Aspekt gegeben das hat aber nicht schlecht aber schade naja da ist ein Charger da unten egal oder ist der hier oben? ne ich kann den der da hinten durch den Sound da durch kann man durch Zäunen ah ich seh'n der ist dahinter kann man durch Zäunen schießen weiß ich doch nicht äh ja der kommt ja jetzt aber gleich hoch wir sollten zurück wir sollten zurück er kommt er kommt er kommt er kommt er kommt genau das meine ich hallo 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 feuerfeste zombies hinter uns muss nachladen muss nachladen so nicht den Kopf verlieren junge Frau der Waffenladen ist gleich da vorne wir decken uns ein und dann weiter wir haben auch zum ersten Mal sich die so uncut spielen damals nur mit einer komischen Mod aber jetzt richtig uncut weißt du das ist wirklich geil ja wen bepiss dich aber irgendwie weiß ich nicht macht mir das wirklich mehr Spaß hier oh ne ne m4 ne m4 ne m4 ja ich bleib bei der MP ich mag die einfach oh ja liegen noch ein paar Medi Packs rum dann sollte ich mich immer kurz heilen aber erst nachdem ich die Idioten hier erledigt hab so jetzt alles Problem ne 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 oh ja oh ja es gibt so schöne Sachen hier auf jeden Fall ne so ist es nicht hmmm ne ich bleib trotzdem dabei ein bisschen Moni rum Moni? Ah, hier. Nee, gar nicht wahr. Die Moni. Ah, hier. Perfekt. Hab schon, alles gut. Okay, bereit? Äh, joa, joa. Also Leder-Visier, ne? Ah. Äh, wo? Äh, hier. Nice. Okay. Okay. Hm. Ich schätze, ihr seid unterwegs zum Evanguierungszentrum, aber ich schätze, dass das schwierig wird, weil die Schwachkräfte von der Regierung die Straße dorthin blockiert haben. Jetzt mein Angebot. Ich hab mich hier auf dem Dach verbarrikadiert mit genug Vorrat und Waffen, um jeden Zombie in der Stadt mehr als fünfmal zu killen und dabei noch gut zu essen. Äh. In der Eile hab ich aber Cola vergessen. Dann braucht mir Cola und ich mach euch den Weg frei. Hab noch nie beim Futter holen Zombies gekillt, aber einmal ist immer das erste Mal. Aufpassen, das löst den Alarm aus. Katala. Hast du die Cola aus dem Laden? Ich bin Reiden. Ich geb dir Deckung. Ich bin Reiden. Ich kann auch schweigen bei Cola. So lief er Held, los geht es hier. Vorsicht, ist ein Jockey irgendwo? Ja. Lass den Mann mit der Cola gefälligsten Ruhe. Der arbeitet für Coca Cola. Das ist ein großer Getränkekonzern. So viel Geld habt ihr nicht. Die Klage verliert ihr. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin immer ganz so. Aber. Hallo. Yo. Oh. Ich bin immer ganz so. 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 Oh Gott. er hat die cola global energie aus alter vater ich habe einen austrag und ich werde ihn erfüllen bei wind und wetter unterbrechen ach so wow ok kommt die jürgen schmack und zio zucker das ding hat mich damals schon zu bekämen Sieh, um Geschmack und Sieh, um Zocker. Oh, geil. Ja, meine MP5 ist jetzt wieder weg und hätte ich glaube ich die... Ich hätte nicht gewusst, dass ich einen Laserwiesel bekommen hätte ich aber die behalten. Müssen wir überhaupt hier lang? Ich habe keine Ahnung. Ne, ich glaube wir waren schwerer. Wir müssen wieder zurück, ne? Naja, da war, oder? Der hat doch irgendwas aufgemacht. Ich weiß nicht, wo er was aufgemacht hat. Müssen wir nicht hier weiter? Guck mal, komm mal wieder zurück zu mir. Ja, ich glaube wir müssen da hinten lang, da wo jetzt alles brennt. Ah. Ja, der hätte doch den Tanklaster da kaputt gemacht. Und die hätten den Tanklaster mit Schusswaffen nicht kaputt machen können. Ne, klar. Ne, das hätte nicht funktioniert. Weil ist halt so. Ähm... Raucher. Verdammt Kettenraucher. Stimmt. Wir haben nur Probleme... Wir haben nur Probleme mit... Wir haben nur Probleme mit den Smokern, weil es Raucher gibt. Ja, es ist der. Ja, es ist der. Ja, ich sag ja. Deswegen sollte man Rauchen auch verbieten. Sonst kommt sofort nämlich dabei raus. Da oben ist er. Ab ihn. Oh, mein Sekundin wieder. Mein monatliches. Hier, hier wird nicht geraucht. Nicht während meiner Schicht. Ich glaube, hier ist ein Charger. Siehste, sag ich doch. Achso, gar nicht. Ich glaube, hier ist ein Charger. Eine Sekunde später Alice hier ist ein Charger. Hä, sag ich doch. Ja. Oh, nee. Geh weg. Wo ist er denn? Ah! Bei Alice. Bei Alice im Wunderland. Oh, wow, hat Alice den abgesnackt, ey. Nur weil ich nachladen musste, so ein Hund. Hier ist noch irgendwas, glaube ich. Egal, scheiß noch. So wie zum Thema... Ja, das Gefühl, die KI stellt sich nicht so dumm an wie in einst. Ja, ein bisschen besser, ne. Ich meine, wir haben mit Luis nicht dabei. Das ist natürlich... Jaja, das ist schon ein riesen Vorteil. Ah, ich hab den Tank am meisten. Ja, gut, okay. Ich hab auch irgendwie zwei Magazin in ihn reingefeuert. Irgendwie. Das war wohl zu erwarten. Ja, ich war ja, ähm, ähm... Äh, äh, hier... Krank... Ja, ja. Jetzt ärgert mich doch, ne. Ich hätte nicht gewusst, was ist der Laser-Visier. Dann hätte ich auch die MP5 behalten. Das wird schon mal gewesen. Ja. Aber egal. Du hast die Gutscher am meisten weggehauen. Ich meine, die hat das Katana. Das ist sozusagen... Das machte meinen Fehler wieder weg. Ja, ja, das ist richtig. Mhm. Das ist dir etwas verlassen. Irgendwo könnte trotzdem... Ach... Ach, eigentlich das hier verlassen? Ach, wusste ich... Ach, guck, ich hab euch aufgefallen. Ach, Mensch. Zombiak-Polypse und die sind kaum Leute. Das kann ich mir gar nicht erklären. Also ich wäre direkt geblieben. Geiler Urlaub. Ja. Ja. Ja.